Hallo, ich bin Lena und in diesem Video geht es um Schillers Schauspiel Wilhelm Tell. Ich werde den Inhalt zusammenfassen, auf die einzelnen Stufen des pyramidalen Aufbaus und verschiedene Interpretationsansätze eingehen. Es wäre gut, wenn du dich ein wenig mit der Weimarer Klassik und ihren formellen Regeln auskennen würdest. Außerdem, wenn du das Stück schon gelesen oder in Aufführung gesehen bzw. es noch vorhättest. Wilhelm Tell ist ein von Friedrich Schiller verfasstes und als Schauspieler bezeichnetes Drama in fünf Aufzügen. Er schrieb es von 1803 bis 1804. Es handelt sich also um ein Stück der Weimarer Klassik. Am 17. März 1804 wurde es am Weimarer Hoftheater uraufgeführt. Im ersten Aufzug rettet Wilhelm Tell einen Landsmann, der den Burgvogt erschlagen hat. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com www.sofatutor.com Gute Bildung, zu Hause! Vielen Dank!